hi leute und herzlich willkommen zu life is strange for the storm folge 9 glaube ich denke ich hoffe ich okay geht es da weiter wo wir aufgehört haben die abreibung von mama und ihrem neuen freund oder man haben uns erst mal ein bisschen umhören blackwell akademie die zukunft braucht exzellenz aufgrund der großzügigen unterstützung durch die presse stiftung wird leckwell in den nächsten im nächsten herbst mehrere kurse anbieten die die künstlerischen talente der schüler fördern sollen ok kunst unter 1 visuelle konzepte das lese ich jetzt nicht vorher die ganze große nur auf einladung besonderen dank an caroline prescott wird man das brauchen ich glaub es nicht äh gehen wir mal zu ihm da schlag ich glaube dieses Feuer ist keine Schmerz ich glaube ich glaube ich kann es nicht glauben dass Rachel es angefangen hat verdammt ich wollte es lesen noch mal ich glaube dieses Feuer ist keine Schmerz ich glaube ich kann es glauben dass Rachel es angefangen hat hohe Alarmstufe aufgrund eines Waldbrandes in der Gegend ist in Arcadia Bay auf hoher Feuerheitsstufe Feuersicherheitsstufe kenne deine Rolle ich lese den Scheiß jetzt nicht vor das ist Feuerwarnung so ok jetzt ist mir das Mikro wegrutscht aber es geht schon wieder vielleicht wird es sein vielleicht wird sie zu meinem Scholarshipvarter meginn vielleicht wird es ich will es euch es ja du es ist es ist es ist es ist es ist es ist kack es ist es ist es ist es ist es ist es ist Hey, Elliot. Was bringt Chloe Price zu Schule auf ein Saturdays Morgen? Nicht gut, ich glaube. Ich, äh, wurde verabschiedet. Wait, wirklich? Holy shit! Ich weiß. Ich bin froh, dass du so lange hast, auch. Du willst einen Hügel? Nein. Ich kann das nicht machen, dass ich so großartig machen kann. Oh, sorry. Right, ja. Ja, es ist für Rachel, auch. Sie wurde aus der Spiel, wegen mir. Sie wird leben. Hör, Mann. Anyway, was du hier machst? Ich habe gedacht, ich würde sehen, die Tempest, aber ich wollte dich telefonieren, eigentlich. Ich habe zwei Ticket, um dich verabschiedet, um dich verabschiedet. Oh, danke, ich glaube. Ja? So, du bist in? Ich würde dir helfen, dass du dich ausstattest. Oh, ja. Ja, später. So, dann holen wir jetzt mal ein bisschen noch was, ein Blutblatt, das ist wieder so weit weg. No more extracurricular activities, no more curricular activities either. Okay, im Schwimmbad, das hatten wir schon bei dem Vorgänger, Life is Strange. Aber ich glaube auch, zum Ende eine Party im Schwimmbad, ja. Okay, so, gehen wir mal zum Schnurrbaden, was ist denn das für eine Karre? Ja, ja. Aber die verdecken den Rost, ein bisschen. Okay. Ja, Herr und ich haben viel gesprochen. Kann wir das später machen? Ich glaube, dass ich nicht in einem anderen Kampf habe. Und wer ist das für dich? Ihre Mutter? Ich brauche keine Gespräche, nicht mit Sgt. Asshat hier. Ich brauche nur ein paar Raum. Nicht benutzen diese Sprache mit Ihrer Mutter. Wenn meine Mutter etwas zu sagen hat, sie wird es mit mir sagen. Sie hat. Der Problem ist, dass du nicht hörst. Vielleicht, wenn du mich versucht, zu hören, anstatt mich zu kämpfen, kannst du ein paar Dinge lernen. Was? Wie ein Soldat? Soldat haben die Familie und die Zukunft über die selbst und jetzt. Die Ausbildung aus der Schule? Das ist das, was die Verlusten machen. Du hast eine Schole, Chloe. Du kennst das, was das bedeutet? Welche Möglichkeit hast du aufgelöst? Willst du arbeiten in der dining? Eigentlich würde ich sagen, mit Sicherheit nicht, aber... Ja. Einige braucht meine Hilfe. Wer? Du Freund, Rachel? Weil ich glaube, die Frau der D.A. ist ganz gut. Ich brauche deinen Hilfe. Ich, deine Mutter. Wir müssen unser eigenes Haus in Ordnung sein. Right now, was ich für die beiden, ist, dass du mit den beiden anfangen kannst. Chloe, ich mich sehr interessiere von Joyce. Ich bin bereit für dich für das... ...eincident, gestern. Wenn du deine Attitüte verbessertest. Inzidenz? Welches Inzidenz? Chloe war unglaublich aus der Linie. Sie hat mich verurteilt. Aber mit einer Entschuldigung bin ich bereit, zu beginnen. Ja, versuchen können wir das eigentlich mal. Ja, er strengt sich ja so an. Das wird ein Problem. Mom. Chloe, ich möchte, dass du deine Pocken ablustst und alle deine Belohnungen auf der Trunk des Autos. Was ist das? Wenn wir beginnen müssen, müssen wir wissen, dass du nicht ablustst. Wenn du nicht, sollte du die Chance für die Chance prüfen. Mom. Mom. I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe. And I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit Stalin. Es ist schon krass, da sagt man zu, dass man sich ändern will und dann gibt es direkt Sanktionen. Was ich eigentlich gut finde, ja. Fine. You wanna see my shit so badly? Wir sind mir ganz lieb jetzt. Wir sind mir ganz lieb jetzt. Hahaha. You know what sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? Zum Glück war der Joint schon weg in ihrem Spinter. Sonst hätte es jetzt Ärger gegeben. Ja egal, wir sind lieb. I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you. But that's no excuse. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. Oh, man. No fucking way. Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you. And you need me and... I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. It's about a time. I take it or don't get there. I'm pretty tired. It's getting tired in school. No, my mom's getting tired. They're driving away from school. They're driving away from school. They don't charge them away. It's getting the Cecilies. Ja, das ist genau so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? I can't go home anymore. I can't go home anymore. Ernsthaft. Die alte Kabel. Die Batterie ist älter als das Auto. Das erste, was es braucht, ist eine neue Batterie. Ich wundere, ob ich einen hier finden kann. Sehr, sehr nice. Das ist keine Batterie. Ein Griff und die Sucherei geht los. Wo soll denn hier eine Batterie sein? Ja. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ist das Auto von unserem Vater? Kann ich verstehen. Jetzt wären wir schon zum Kfz-Mechaniker. Ja. 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 Wir haben uns das. Ja. 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 Die Radenflagge Da irgendwie rein Vortex Club, da sind nur Dann sind Pfeifen Öffnen Okay, da haben wir eine Batterie Und ob es die richtige ist, Leute Sehen wir dann in der nächsten Folge Das war's erstmal Also dann, bis zum nächsten Mal Tschüssi